Die Kleine stellt sich zur Omi und sagt, sag mal, Omi, hat dich der Storch gebracht? Sagt die Omi, ja, ja, mich hat der Storch gebracht. Und Omi, hat die Mami auch der Storch gebracht? Sagt die Omi, ja, ja, die Mami hat auch der Storch gebracht. Und Omi, sag mich, hat mich auch der Storch gebracht? Sagt die Omi, ja, ja, natürlich, dich hat auch der Storch gebracht. Setzt sich die Kleine hin, nimmt einen Zettel und schreibt, schon die dritte Generation, die nicht ordentlich auf die Welt gekommen ist. Ich bin ein Zettel und schreibt,